Euer Gesicht kommt mir bekannt vor. Das kann nicht sein, aber Teufel auch, euer ist mir auch. Und nicht nur wisst ihr, wo ich euch schon mal gesehen habe. Ihr habt meine Frau und Kinder zu Tode geplätscht. Und ich musste es mit eigenen Augen verfolgen. Wenn wir dich und ich mich gerettet hätten, dann... Ein herrliches Vergnügen war das. Und freut euch, ihr wollt eure Frau noch folgen. Cut!